Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wir haben es ja schon oft in Gameplays gesehen und oft angesprochen, wir spielen gerne mit Trazor. Aber uns ist aufgefallen, wir haben ja schon nie ein Video direkt über die Trazor gemacht. Was ist das eigentlich? Ja, was musst du alles beachten und was gibt es denn da so? Ja, das wollen wir jetzt mit dem Video machen. Und ich habe hier schon mal was kleines vorbereitet. Wir haben hier quasi drei Trazor, die wir auch bei uns im Shop zur Auswahl haben. Einmal zum Beispiel hier, der X-Cortex 301 MK2. Das ist quasi der kleine Trazor. Der hat zwei Gewinde mit drin. Einmal 14 mm, einmal 11 mm negativ. Dass ich das quasi auf meine Airsoft vorne draufschrauben kann. Machen wir das Ganze mal auf hier. Gucken wir uns das mal an. Ja, fällt schon das Ladekabel raus. Also ihr seht schon, der wird quasi mit USB geladen. Der hat einen kleinen Akku drin. Ein Vorteil, ich brauche keine Batterien mitzunehmen. Nachteil, natürlich wenn er leer ist, muss ich ihn erst laden, kann ich keine Batterien tauschen. Aber Ladekabel ist mit dabei. Normales Micro-USB, also da auch nichts Besonderes. Ja, und so sieht der Kleine dann aus. Halt wirklich schön klein gehalten, dass er halt auch für Pistolen funktioniert. Ihr seht jetzt hier, ist ein sehr kleines Gewinde drauf. Das ist quasi für Pistolen. Viele Pistolen haben vorne ein 11 mm Negativgewinde, also ein Innengewinde, wo ich das quasi reinschrauben kann. Nicht alle. Also da müsst ihr vorher wirklich prüfen, ob eure das hat. Aber viele haben es, zum Beispiel die Deadpool-Glock von uns, jetzt zum Beispiel oder auch verschiedene andere. Also da, ja, müsst ihr aber vorher drauf gucken, ob die halt dieses Innengewinde hat. Da passt der dann auf die Pistolen drauf. Dann ist noch eine zweite Platte dabei, nämlich diese hier. Die hat dann quasi ein größeres Gewinde. Das ist dann das 14 mm Gewinde, was auf die meisten Langwaffen draufkommt. Zum Beispiel jetzt hier unsere Area 13 SRS. Haben wir auch ein Video zu gemacht. Die hat zum Beispiel ein 14 mm Gewinde. Da schraube ich jetzt hier einfach den Flash Heiler ab. Das machen wir jetzt einfach mal. Na, drauf schon richtig rum. Das ist wieder ein Endlosgewinde. Schrauben und schrauben. So, ihr seht das hier, da quasi drunter das Gewinde. Das war jetzt, wie gesagt, 14 mm Negativ. Und hier kann ich jetzt diese Platte quasi hier drauf schrauben. Und damit dann den Trailer hier vorne drauf befestigen. Für Langwaffen oder wie gesagt, die andere Platte ist auch schon mit dabei, was dann quasi für die Pistolen wäre. So, ich schraube den Negativ wieder drauf hier. Genau. Dann zum Laden muss ich hier vorne diese kleine Kappe abschrauben. Alles Endlosgewinde. So, und dann habt ihr hinter den Ladeanschluss. Ganz simpel, einfach USB-Kabel anstecken, zack, in eine Steckdose und dann lädt der auf. Wenn er lädt, leuchtet er quasi rot. Wenn er nicht mehr rot leuchtet, ist er voll. Hält dann auch wirklich lange, also den Spieltag kriegt er damit locker über die Bühne. Das ist gar kein Problem. Ja, vom technischen Aufbau her sind die eigentlich auch relativ simpel aufgebaut. Hier drinnen ist eine Lichtschranke. Wenn die BB durch die Lichtschranke fährt, wird die quasi angeblitzt. Je nachdem, was für ein Trailer ist, einmal ringsherum oder nur von einer Seite. Und damit fluoresziert quasi die Farbe, die in der BB drin ist und man sieht sie dann leuchten. Das ist auch schon die erste Besonderheit oder auf was ich achten muss. Wenn ich so einen Trailer verwende, brauche ich auch direkte Trailer-BBs. Das heißt, da kann ich nicht mal eine ganz normalen, ja, die BBs nehmen, die ich sonst immer nehmen, sondern da brauche ich dann einen Trailer für. Die tauen dann so hier aus. Ja, das wäre dann sowas hier. Ihr seht schon, die sind halt so ein bisschen, ja, leicht grünlich, nicht ganz so weiß, wie die anderen sind. Ja, einfach dafür gedacht, dass die halt leuchten können. Dem ist quasi hier so eine fluoreszierende Farbe mit drin. Und wenn die angeblitzt werden, dann leuchten die halt schön grün. Gibt es auch noch ein Rot, wo man immer sagen muss, die Roten leuchten nicht ganz so stark wie die Grünen. Deswegen sind die Grünen viel mehr verbreitet. Rot sieht man relativ selten. Für Rot brauche ich auch spezielle Trailer, die entweder beides können, Rot und Grün, oder es gibt auch welche, die nur Rot können. Zum Beispiel von denen hier gibt es einmal die grüne Ausführung, die wir haben, und dann gibt es davon auch noch eine rote Ausführung, die halt direkt für die roten BBs gemacht ist. Aber wie gesagt, mehr verbreitet ist auf jeden Fall der Grüne. Ja, das zum Beispiel jetzt hier der Kleine. Kann man halt wie gesagt für Pistolen oder für Gewehr verwenden. Macht es natürlich nicht so lang, was schon mal für die Area sehr cool ist. Oder allgemein für sich Gebiefelder, wenn ich halt mein Setup schön kurz halten kann. So, machen wir alles zusammen. Genau, gibt es auch bei uns im Online-Shop und natürlich auch hier im Shop vor Ort. Kostet 74,95. Ja, da gibt es noch sowas hier zum Beispiel. Das wäre jetzt der Spitfire Tracer. Sieht im Endeffekt genauso aus, oder fast genauso wie der, ein bisschen größer. Und der hat vorne nochmal LEDs mit drin, die so das Mündungsfeuer imitieren. Ansonsten macht er genau dasselbe wie der andere auch. Aber er hat halt vorne noch die LEDs, dass quasi, wenn die BB durch die Lichtschrange kommt, wird die drinnen angeblitzt. Und draußen die BBs, äh die BBs, die LEDs machen nochmal einen Blitz, dass man quasi so eine Art Mündungsfeuer emittiert. Wie das Ganze aussieht, zeigen wir euch jetzt mal. Gut, habt ihr jetzt gesehen, quasi im Prinzip verstanden. Wenn die BB durchkommt, halt vorne nochmal mit Mündungsfeuer. Sieht richtig geil aus. Ähm, ja. Aber ansonsten macht er genau dasselbe wie der andere auch. Auch mit USB zum Laden, also da wirklich identisch aufgebaut. Dann hätten wir noch die Variante, auch von X-Crotect, der X-T501 MK2. Ähm, der sieht jetzt quasi ein bisschen mehr aus wie so ein Schalldämpfer. Und der läuft mit Batterien. So, ihr seht es schon, deutlich länger gemacht das Ganze. Ja, hat ja jetzt so diese Schalldämpferoptik, sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Ähm, hat hinten auch das 14mm Gewinde, das ich halt wieder vorne einfach dann draufschrauben kann. Und ich habe jetzt hier dann Batterien, dafür schraube ich hier vorne das ab. Und ihr seht einmal hier, kommt quasi vier, dreimal A Batterien rein. Halten auch wirklich wieder lange durch. Äh, Vorteil natürlich, wenn die leer sind, kann ich die einfach austauschen gegen neue. Nachteil natürlich auch, ich muss sie austauschen, ich kann sie nicht wieder aufladen. Außer halte ich neben Akkus, aber die halten halt leider bei den dreimal A Batterien nicht ganz so lange. Ja, dann einfach hier wieder drauf die Prense. Und vom Prinzip her genauso aufgebaut wie die anderen auch. Also quasi BB, Lichtschranke, Blitz drinne und dann leuchtet die BB, die vorne rauskommt. Ja, ich zeige euch nochmal kurz. Hätte man eigentlich gerade eh noch an können, wie das hier ganze aufgeschraubt aussieht. Zum Beispiel bei der hier auch ziemlich cool. Hat man halt wirklich so diese, diese Schalldämpferoptik. Und halt nicht nur Optik, sondern es bringt halt auch noch was. Das ist halt auch seh, wo ich hinschieße. So. Ja, aber das ist auf jeden Fall immer ein sehr langes Gewinde bei allem. Zack. So. Ja, so wird zum Beispiel jetzt hier dann aussehen. Sieht auf jeden Fall auch cool aus. Hab ich halt so ein Honey Badger Style, so ein bisschen, scheinbar geht hier mit rein. Und hab halt wie gesagt gleich den Tracer noch mit dran. Ja. Also da finde ich auch sehr cool von der Optik. Genau. Wofür macht man das Ganze eigentlich? Einfach nur dafür, dass ich halt richtig schön sehe, wo schieße ich hin. Ihr seht es bei uns in der Halle, ist es halt schwierig, ohne Tracer deine Kugeln richtig zu verfolgen. Also ich sehe die meistens am Anfang, wenn ich losschieße. Aber dann so nach 20, 30 Metern kann man sich sehr schwer verfolgen. Weil irgendwann, ja, sind die halt zu weit weg, dass ich mit meinem Auge noch sehen kann. Bei den Tracer, da hast du die grünen leuchten, sehe ich die halt richtig schön, die ganze Flugbahn. Einmal super zum Visier und Hop-Up einstellen. Aber natürlich auch zum Spielen macht es deutlich mehr Spaß, dass ich halt genau sehe, wo habe ich es gerade hingeschossen. Und auch habe ich den anderen getroffen oder habe ich daneben geschossen. Zum Beispiel mit Tracer, wenn ich jetzt eine Schussfolge mache und sehe zum Beispiel, okay, ich habe ein Stückchen zu weit rechts, muss ich halt einfach links halten und kann dann immer gucken, wo fliegen die Kugeln hin. Kann mich quasi so ein bisschen daran orientieren, wo ich halt hingeschossen habe. Ich persönlich spiele nur noch mit Tracer, macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß als ohne. Einfach aus den genannten Gründen, weil man halt schön sieht, wo schieße ich hin, habe ich ihn getroffen, ja, nein. Und natürlich auch, wenn ich jetzt Gameplays aufnehme, natürlich auch cool, dass halt auch die anderen dann quasi sehen, wo man gerade so hingeschossen hat. Ja, da was ich noch eine müde Theorie machen, würde ich sagen. Gehen wir jetzt nochmal aufs Spielfeld und wir schießen mal ohne und wir schießen mal mit Tracer, dass ihr nochmal richtig schön den Unterschied seht. Gut, los geht's. Gut, auf dem Spielfeld angekommen, haben wir uns hier einmal kurz meine 0,5er Vektor und da wollen wir einmal den Tracer zeigen. Ja, ich werde es gleich mal ohne Tracer schießen. Da werdet ihr höchstwahrscheinlich sehen, dass ihr nichts seht. Und danach schießen wir nochmal mit Tracer und da kann man dann sehen, dass man schön die Flugbahn der Kugel nachverfolgen kann. Gut, also sagen, erster Schuss machen wir erstmal ohne Tracer. So, so geht's hier vorne einfach mal durch das Loch da quasi durchzuschießen. Ja, wie ihr seht, seht ihr da nichts. Dass ihr auch was rauskommt. Einmal schießen wir kurz auf die Tonne, dass ihr es auch quasi hört. Also kommen Kugeln raus. Jetzt machen wir einmal den Tracer an. Wenn ich den Anknopf finde. So, Tracer ist an und jetzt schießen wir nochmal durch das Loch durch. Ja, denke mal Unterschied habt ihr gesehen. Noch mal einen kleinen Bürst hier. Ja, sowas hat auf jeden Fall richtig Bock. Dass ich dann sehen kann, wo ich hinschieße. Ja, nicht nur hier oben, auch auf dem unteren Feld. Macht es auf jeden Fall richtig Sinn. Unten sehe ich es noch ein bisschen besser, weil halt von beiden Seiten mehr Licht einfällt. Aber trotzdem mit Tracer, ja, sehe ich halt immer richtig schön, wo schieße ich hin. Und halt auch zum Hop-Up und Visier einstellen. Macht es auf jeden Fall auch deutlich mehr Spaß. Weil ich halt wie gesagt die Flugbahn richtig nachverfolgen kann. Ob sie nach 30 Metern nochmal Overhop kriegen oder ob sie halt geradeaus fliegen. Gut, soweit zum Tracern. Ich würde sagen, ja, Vorteile haben wir. Ausgestellt, was so ein Ding ausmacht. Aber an sich ist auch einfach noch geil, dass man halt sowas hier machen kann. Ja, allein dafür lohnt sich ein Tracer. Kann ich auch ein bisschen Feuerwerk machen. Bis später. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.